Hallo meine Lieben, ich melde mich jetzt mal zu einem kleinen Zwischenbericht, zu einem Update. So, was ihr hier seht, das ist mein Teppich. Ich sitze jetzt hier vor der Balkontür, ja, auf dem Boden, weil das Licht hier so ein bisschen jetzt um die Jahreszeit ein bisschen nachlässt und ich wollte halt kein künstliches Licht im Moment. Und mein ganzes neues Arrangement ist hier nicht so, wie es sein soll. Da muss ich noch ein bisschen mich durchfuchsen. So, was ihr hier unten seht, ist das komische Stativ, weil ich es immer noch nicht hingekriegt habe, irgendwie da mal ein bisschen dran zu arbeiten. So, wir werden jetzt erstmal zu Beginn ein kleines Zwischenupdate sehen von der kleinen Willow. In meinem letzten Video, das verlinke ich unten rein, habe ich ja gesagt, ich mache die 20% fertig, die ich da noch habe. Ich meine zwar 19, aber naja gut, rund mal auf. Und zwar habe ich jetzt jeden Tag dran gearbeitet, aber 20% sind ja wirklich nicht wenig. Und um das nicht noch länger in die Länge zu ziehen, gebe ich euch heute mal ein kleines Update. Ich bin jetzt bei 90% und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie die kleine Willow aussieht. Das letzte Mal habe ich ja vergessen, die zu holen und euch zu zeigen. Mit 80%. Ist doch immer irgendwas, ne? Also, ne, irgendwann vergesse ich nochmal meinen Kopf, wenn er nicht angewachsen wäre. So, also schauen wir mal. Hier ist die kleine Willow. Genau. So, hoffentlich kriege ich das auch gescheit aufs Bild. Genau, das sind jetzt 90%. Da oben wurschtlich rum. Genau. Wir können ja jetzt mal ganz kurz mal ein bisschen hinzoomen, ne? Geht das? Ne, geht nicht. Ja gut, dann hole ich sie halt ran. So. Genau. So viel muss ich jetzt noch machen. Ich freue mich, ich freue mich aufs Gesicht. Also es wird sich jetzt noch eine Woche oder zwei hinziehen, bis wir jetzt hier ein Finish haben. Genau. Ich freue mich aber drauf, weil dann gibt es einen Neustart. Ihr wisst genau, was dann kommt. Ein kleiner Neustart. Oh, die ist so schön. Mir gefällt es hier so toll. Ihr werdet aber hier, ihr denkt hier wahrscheinlich, das ist alles Colorblocking, aber das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Weil hier auch hier drin, bei den Armen und bei den Beinen, das ist alles Konfetti. Aber ich mag diese Abgrenzungen hier immer. Also wenn ihr da guckt, ja, diese Abgrenzungen sind richtig schön. Das gefällt mir, ja. Und ja, das war jetzt nur mal so der Zwischenstand. Also ich mache das Video jetzt auch nicht lange, nur damit ihr mal so seht, wie weit wir jetzt hier sind und ich mich jetzt zwecks Willow und Neumschütteln jetzt erst nächste Woche melde oder übernächste Woche. Damit ihr nicht so lang warten müsst da drauf. Genau. So, also nochmal zu den Hauptdaten. Das ist die kleine Willow. Die PDF habe ich gekauft bei Heaven and Earth Design. Der Artist ist die Linda Ravencroft. Und ich sticke das auf 25 CT Weißen Lugana mit 1 über 1. Genau. Das sind jetzt so die Headdaten. Das ist ein Quick Stitch. Und, ähm, ja gut, die Stiche habe ich jetzt nicht im Kopf, ne. Mein Tablet habe ich jetzt auch nicht da. Mann, 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 Mann. Okay. Auf jeden Fall könnt ihr da ja mal gucken, wenn euch das Pattern interessiert. Und, äh, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Das war jetzt ein kleines Update zur kleinen Willow. Und, äh, wir sehen uns dann beim Finish Video, denke ich. Ja. Und, ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und genießt die Restsonne. Es wird ja jetzt schon ziemlich kühl. Und, ähm, ja, hm. Ähm, ja, die dunkle Jahreszeit kommt. Es geht wieder los. Wir können wieder frieren. Ja. Also, dann wünsche ich euch alles Gute. Und lasst euch nicht ärgern. Happy Stitching. Und, ja, haut rein. Und, ja, haut rein.